post oder put das ist die große frage beim api design in der http spezifikation da steht dass man mit post ressourcen anlegen und ändern kann leider steht aber auch dass man mit put ressourcen anlegen und ändern kann was nehme ich denn jetzt für was das schauen wir uns heute mal an an einem beispiel mit einem aufruf post an eine ressource cities kann ich eine stadt anlegen eine super ressource auf diese container oder listen ressource cities und die api liegt dann vielleicht im back end in der datenbank einen datensatz an in unserem fall wäre das jetzt hier bonn mit der id 1 typisch bei post ist dass ich diesen request an mit einer uri adressiere die nicht auf die zu ändernde oder anlegende ressource zeigt sondern die auf irgendeine andere ressource geht die dann die aktion für uns durchführt wird dabei eine neue ressource angelegt wie hier dann muss dieser post antworten mit einem status code 201 und einem location header der auf die neue angelegte ressource zeigt das heißt im http header findet ihr eine adresse und die ist in unserem fall cities 1 leider klappt nicht immer alles bei verteilten systemen ab und so geht mal was schief also stellt euch mal vor das hier ist der klein der schickt diese anfrage jetzt an den server der server speichert die daten in der datenbank ab dann passiert ein fehler irgendwas schlimmes passiert und der klein bekommt einen timeout der klein weiß jetzt nicht ob seine aktion erfolgreich war oder nicht das einzige was jetzt machen könnte wäre die aktion zu wiederholen was passiert wenn er noch mal post cities mit einem datensatz mit bonn abschickt dann würde in der datenbank ein duplikat abgelegt das heißt wir hätten zweimal den gleichen datensatz in der datenbank stehen ein duplikat das wollen wir eigentlich auf keinen fall haben das ist aber so das problem mit dem post der post ist nicht wiederholbar also im fehlerfall kann ich den noch nicht einfach noch mal abschicken das ist beim post nicht drin anders ist es beim put ich könnte jetzt auch ein put verwenden um eine neue ressource anzulegen aber im unterschied zum post muss ich diesen put schicken an die ressource die ich anlegen oder manipulieren möchte das heißt wenn ich jetzt das so abbildet dass ich cities habe und dahinter die id der city dann muss ich die mit liefern also in dem fall hier die drei aber woher weiß ich dass ich jetzt die drei nehmen kann dass die drei frei ist das ist ein großes problem das kann man auf verschiedene art und weise lösen bei den microservices könnte man das so machen oder das ist momentan beliebt dass ich für die id keine hochgezählte nummer verwende kein auto inkrement sondern eine global eindeutige id eine uuid die ist so groß und zufällig dass es sehr unwahrscheinlich ist dass es zwei gleiche gibt also anstatt der drei nehme ich jetzt so einen mordstrümmer bitte verzeiht mir dass ich hier nur so die kurze uuid schreibt also normalerweise sind die hier so und ich hoffe jetzt mal dass es das hier noch nicht in der datenbank gibt und lege jetzt hier den datensatz mit köln ab jetzt passiert wieder ein fehler wir bekommen ein timeout aber kein problem die aktion ist beim put wiederholbar sie ist man sagt idempotent ich kann die aktion einfach noch mal abschicken und falls es diesen datensatz schon gibt wird er einfach überschrieben und es ist genauso wie wenn ich jetzt den aufruf nicht getätigt hätte also der put ist ihm wieder im fehlerfall wiederholbar was gerade bei http schnittstellen bei denen es keine transaktion zwischen client und server gibt sehr sehr nützlich leider können wir nicht überall put nehmen ja es wäre mit einer uuid ist möglich dass wir komplett auf post verzichten aber da haben wir noch mal ein problem in den ganzen büchern in den tutorials im internet in den köpfen überall hier drin ist dass ich mit post eine ressource anlege und dass ich die mit put ändern wir haben das schon probiert und haben schnittstellen gebaut bei denen man auch das anlegen über einem put durchführt und das problem war dass es niemand so richtig nachvollziehen konnte und dass es viele fragen gab und das hat uns so genervt dass wir das nicht mehr tun also wir erstellen keine schnittstellen mehr bei denen man mit put ressourcen anlegt oder wir warnen davor weil das viele entwickler da nicht verstehen und dazu müssen wir für das anlegen leider auf das nicht idempotente post zurückgreifen gut ich fasse noch mal kurz zusammen wie sich post und put unterscheiden das sind zwei punkte der eine punkt ist dass der post nicht direkt die adresse oder die ressource adressiert die er anlegt oder manipuliert es geht hier über irgendeine andere ressource in unserem fall die container ressource und beim put da adressieren wir direkt die ressource die wir manipulieren das ist der eine unterschied und der andere unterschied ist der hängt ja auch noch klein bisschen mit zusammen logisch der zweite unterschied ist der das post nicht wiederholbar ist und put ist wiederholbar idempotent